Mit 18 Jahrstimmen und 16 Enthaltungen hat der Südtiroler Landtag in seiner zweiten Plenarsitzung im November die Änderungen am Wohnbauförderungsgesetz, dessen erster Unterzeichner Helmut Renzler war, angenommen. Durch diese Änderungen wird die Löschung der Sozialbindung vereinfacht, innovative Wohnformen wie das Co-Housing und Mehrgenerationenlösungen werden berücksichtigt, verheiratete und nicht verheiratete Paare werden gleichgestellt, Für mehr Sicherheit für die Vermieter wird ein Garantiefonds eingerichtet und die nötige Punktzahl für Beiträge für Neubau und Wiedergewinnung wird auf 20 reduziert. Vor allem Letzteres wurde von den Freiheitlichen, die sich dafür stark gemacht hatten, sehr positiv aufgenommen. Heftig diskutiert wurden das Thema der Mikrozonen und die Weitergabe von Baugrund an Verwandte. Für die Opposition geht das neue Gesetz nicht weit genug. Es wird bemängelt, dass das Wohnen dadurch nicht leistbarer wird. Für die SVP hingegen, welche die Änderungen vorgeschlagen hat, ist es ein neuer Rahmen, der mit Inhalten gefüllt werden muss. Im Lauf der Sitzung wurden zudem der Haushaltsvorenschlag des Landtags für das Finanzjahr 2023 in Höhe von 14,5 Millionen Euro und ein Aktualisierungsbericht des Wirtschafts- und Finanzdokumentes, eingebracht von der Landesregierung, genehmigt. Grünes Licht gab es auch für einen Antrag der Demokratischen Partei Bürgerlisten und der Fünf-Sterne-Bewegung, das italienische Parlament und die Regierung in Rom zu verpflichten, ab 2023 die Sommerzeit ganzjährig einzuführen, um beim Energieverbrauch Einsparungen zu erzielen. Und für einen Antrag der Grünen unterzeichnet auch von der SVP dem Team K den Freiheitlichen, der Perspektive für Südtirol, der Südtiroler Freiheit, der Liga Salvini, der Demokratischen Partei, Fratelli d'Italia, Forza Italia und der Fünf-Sterne-Bewegung, der die Landesregierung beauftragt, gegen das Phänomen des Catcalling vorzugehen. Angenommen wurde ebenso ein Antrag der SVP, der die italienische Regierung und das italienische Parlament auffordert, den Mehrwertsteuersatz auf Strom vorübergehend von 22 auf 5 Prozent zu senken. Vielen Dank.